Wenn ich ab und zu mal etwas nicht verstehe, doch ab und zu gehör ich zu der Sorte. Die Texte schreibe ich über drei Tonnen, die zu durchstritten. Ab und zu kann man nicht gründen, was ab und zu um einen Ruhm geschieht. Da habe ich uns so verkehrlich zu beschreiben. Das Leben ist so komisch in der Mitte.